ok wir haben jetzt hier unten so sterne und weiter geht es mit new and shiny so was müssen wir hier machen balloon boy müssen gucken dass er nach links gucken dass er kommt der freddie toy chica ist eigentlich komplett egal doch nie toy chica ist nicht egal aber wegen balloon boy und toy chica müssen wir links gucken wegen mangel und toy bonnie müssen wir nach rechts gucken und foxy wird trotzdem erscheinen auf level 1 oder so konkret konkret ihr feiert ja und wir sind alle auf level 10 und nicht 20 also sie sind nur halb so schlimm machen wir es und was ich gesagt habe man kriegt für jedes einzelne challenge man ja eigentlich unten so eine statue so ein plasch ich weiß gar nicht mehr genau ich weiß jetzt nicht wie krass die sind wenn die alle auf 10 sind ich weiß es wirklich nicht ob die jetzt besser sind die mit 10 besser als nacht 6 oder schlechter einzeln auf der cd fuxi ist trotzdem da das ist eigentlich schwerer als ich dachte das ist wirklich so krass aber mit zehn sind ja schon richtig krass du ich habe gedacht die werden nicht so krass auf 10 organ jetzt habe ich angst auf 20 oh nein alle jeder einzelne charakter auf ultimativ krass ich bin tot so jetzt kann ich aber wieder flerschen der bleibt nicht für immer oder so foxy wird mich killen ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich dachte er wäre weg take care to the children die die rot sind war hey du da hinten willst du nicht reinkommen es anfängt zu gewittern oder es anfängt sonnig zu werden wird auch kein hitzeschlag oder nein das auto und ein pedos rausgekommen jetzt wird das mitgenommen und ich bin ultralangsam kann ich nicht ich kann mich kaum bewegen jetzt wird mitgenommen und jetzt war auch vor ort gekillt ich kann mich wie bekommst du die minigames ist jetzt ich knausch dich ab die städte machen hallo ha ha fucking irgendjemand gibt da draußen wenn du mal mag warum wieso wieso wer ihn mag ist dumm kommen wollen wo ist er cute was ist los bei dir weißt du sein face ist irgendwie cute finde ich überhaupt nicht mit ich bin tot haben verloren super tolles spiel das was wir im hinteren sehen das ist hier damit ich die facecam richtig positionieren kann das einfach so ein screenshot von einem video also ja von seinem flach 1 video damit die facecam richtig präsentiert über super tolles spiel ich liebe es mal kurz pause erstmal so so brain wieder aufladen es ist noch am akku stand das ist noch erst 30 prozent noch ganz langsam auf stelle die power bank einpacken vielleicht jetzt schneller auf das war nicht da junge musikbox balloon boy ja und wo ist die chance verkackt weil das spiel gesagt hat dass sie es verkackt hat das ist ein geiles spiel so was er findet nicht solche spiele sind auch super super spiel ich liebe dieses spiel spiel super leute hey ich habe dieses spiel ich glaube ich habe hier wie richtig viel geld ausgegeben weiß ich nicht das spiel kostet normalerweise wie um die ich weiß es gar nicht 7 10 euro ich weiß es wirklich gar nicht äh ich hätte auch in ähm FNAF 1 gesagt dass FNAF 1 der teuerste Teil war und alle anderen weniger kosten genau andersrum FNAF 1 ist der einzige Teil der weniger kostet und alle anderen teile kosten mehr kosten so 7 oder 10 euro und FNAF 1 nur 5 euro oder so also ja tut mir leid dass ich das falsch gemacht hab ja super Koffer rein Wasserkocher an Apfeltee rein und Spender sein Digga Toy Bonnie und Toy Chica einfach auf einmal wer kennt es nicht die gang ist hier bro everyday every gang in the hood yo jeder ist hier everyone ist hier leute wir machen gerade hier Kaffeekränzen wir machen gerade Tee Party so wenn ihr vorbeikommen wollt dann kommt ihr halt vorbei so so bei mangel nach mir nicht allzu lange weil sonst kommt ihr rein das ist weg oh fick dich du wichser ich hab verloren Kopfhörer raus Apfeltee rein 10 Euro achso hab schon Shoutout an meine Tee Gang an meinen Wasserkocher Brows4Life Was zum Fick stimmt nicht mit mir Ja was zum Fick stimmt nicht mit mir das könnte ich auch fragen und geht ihr für eine Antwort nein tue ich nicht ich bin tot und ne Puppe die fucking na egal das ist na ihr alle wie geht's euch so Balloon Boy ja Balloon Boy Balloon Bitch Bist du weg nein Bist du weg ja aber du nicht du wichser ach ich bin tot tot verloren hallo dann 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 Lalalalalalalala Blalalalalalalala D-d-d-d-d-d D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d D-d-d-d D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d D-d-d-d-d-d-d-d-d-d Okay. Rudard Freddy 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 Fawlick. Classic Freddy Freddy. Nicht mal so ganz fau. Fawlick, Alter. Ja, Mann. Junge, ich muss doch aufdrehen! Die können beide gleichsätig sein, was macht die denn da drin alleine? Uh, was macht die denn da drin zusammen eigentlich? Dann würde ich ja lieber nicht stören, so, oh Gott, halt so blabern nicht Junge, ich muss doch aufdrehen, ich muss doch aufdrehen, piss dich! Ich hab doch keine Ahnung, ey! Was, wer hat mich gekillt, ich hab's nicht gesehen! Wie ist das? Wo man das tun? Keine Ahnung... Super! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn wir auch keine Önergüter machen. Oh, hey, super! es war noch gut das war noch gut ich bin tot das ist dann der ende dieses stream ich hatte heute wieder nur zwei stunden schule super ups ein valumba jetzt drin ist rassig aus es war fünf am morgen himmel hin kommt er jetzt schnell der hase meine haare alter fickt euch doch alle einfach in euer knie ganz ehrlich ja ich kann nichts machen mangel was die mich jetzt oder was macht die was macht die denn jetzt die checks nicht junge was soll ich denn ich habe keine ahnung was ich jetzt wieder verkackt hab einfach dieses fucking rng die pass auf leute wir werden jetzt gejumpscapt von mangel davon irgendwie anders als ob die jetzt hier zwei stunden lang nichts macht glaube ich ehrlich nicht ich habe keine ahnung was die macht ich habe nur angst dass mich gleich schon das geld nicht wirklich erschrecken weil das ist doof dann wenn ich mich dann wirklich erschreckt ja junge was bist du so lautmängel das ist aber die fresse halten ganz ehrlich jetzt muss ich darauf achten bis ist und das höre ich halt nicht halte ihr würdet jeden moment auf mich zu springen ich sag es euch leute die würde jeden moment auf mich zu springen und da habe ich verpackt hi na ist ein toller run oder ich habe doch keine lust mehr ey warum mache ich das ich habe keine lust mehr ich bin erst seit ich bin doch gar nicht so lange war und dann wollen wir mich schon ficken ey ich habe keine lust du bist was ich ja was ändert dann zählt das nicht mehr ok und so ja jetzt ja dann 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 das weiter nach oben er hat es überhaupt klappt ich weiß es gar nicht äh seid ihr noch da leute habt ihr euch spaß des lebens ich bin kurz davor das einfach zu skippen mir dann irgendwann mal zu machen wenn ich mal wieder besser bin im spiel weil ich kann das nicht ihr seht sich ja ich bin scheiße Ich bin kurz gegangen, die Toilette, okay. Auf Antwort des Programms. Ich bin da, okay. Ach du Penner. Ich werde mir jetzt die Cam runterziehen. Junge, ich muss aufladen, okay. Verstehst du das? Ein wenig. Da kommt jemand. Ist er weg? Dankeschön. Ah, er kommt sogar sofort mal. Hey, Bonnie. Schön, dass du auch mal draust, zu kommen. Schicka, warum geht's nicht? Ich hab die Maske auf. Okay. Alter, was soll denn das? Lebe ich noch? Oh, ich leb sogar noch knapp. Ich fack dieses Spiel so krass ab, das ist unmenschlich. Unmenschlich. Ach, keine Ahnung, ich kann nicht reden, ich brauch immer noch einen Loon. Ach komm, fick mich doch. Komm. 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 Diashow. So. Dann war's das. Dann lasse ich bei Lulwey... ...murieren tun. So's. Ist niemand da. Ne? Foxy. Nee, Foxy ist weg. Cool. Habt ihr gesehen, wie Schicka gerade gespawnt ist? LoL. Das war auch ein cooler Moment. Oh, ist immer ne Event bei mir? Guten Tag, Mr. oder Mrs. Halimatronic. Wie geht das Ihnen denn so heute? Also, wie geht's so wundern? Ich spiel grad'n wunderschönes Horror-Game. Was überhaupt nicht nervig ist. Was mich hier überhaupt nicht anhalten will. Nee, nee. So einen ist sie nicht. Mal aufzustaufen. Ich meine, wenn die schon kann, dann halt den Verlaufladen. Wenn gerade jemand ist. Warum nicht, ne? Freddy wird mich jetzt... Nicht? Okay Freddy, vielleicht nicht. Okay. Kommt ihr von allen Seiten? Wieso auch nicht? Macht doch Spaß. Habe ich nicht recht. Ach, Balloon Bitch. Ich war mir jetzt unsicher, ob der jetzt gegangen ist oder nicht. Schon wieder jemand im Schacht. Alter Freddy, verpiss dich. Ja geil, jemand ist im Schacht. Ich bin tot. Balloon Bitch. Ich bin tot. richtig wütend junge schicka dankeschön sehr lieb von ihnen was ist damit sie jetzt ich bin voll angst ne ich will nicht verkacken die ballonen blick macht double double trouble neue neuigkeit ich habe mein erstes am 30 22 nicht geil ich bin anfangen wer weiß welcher ist ja wirklich ein star nicht mehr lang ich weiß es ist nicht geil hey come on bitte wird 6 uhr morgens bitte endlich diesen schrott aus meinem gesicht so ich kann euch aber kurz das bild zeigen so dass das bild aber jetzt gesehen ich weiß es nicht so aber da habe ich ein bild wo ich nicht einblenden weil ich habe vergessen sein zu blenden super ja dafür kriegen jetzt irgend so ein desktop plasch oder so ich kann schon mal kurz zeigen ich gehe mal kurz in die nacht rein nur damit ich euch zeigen kann was jetzt dafür bekommen hat für new and shiny bekommt man nämlich ich weiß es gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr was man für was bekommt aber wir kriegen hier eine toy bonnie statue auf unserem desk und die wird niemals wieder weg außer wir löschen unser speicherstand ja das ist doch das ist doch ein toller preis finde ich leute das ist super